Diese Fans, großartig, diese Stimmung, keinen Hüttes mehr auf dem Sitzen. Welche Emotionen, mit dieser Leidenschaft, das zeigt sich ehrlicher Teamstil. Auf geht's Mädels, von Anfang an alle zusammen, lasst uns mit den Fans die zwei Punkte holen. Eins, zwei, drei, Schub, 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 auf! Das ist Sport, das ist Handball, das ist die Ulmerle in Blomberg. Unglaublich, was hier passiert.